Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Mauern können sich aufbauen in unserem Leben durch Gedanken, durch Stimmungen und auch durch Gewohnheiten. Immer wiederkehrende Muster, die uns gefangen nehmen. Diese wiederkehrenden Muster müssen durchbrochen werden, damit wir die Begrenzungen niederreißen. Die Mauer muss bröckeln, damit wir darüber steigen können. Reiß deine Mauern nieder, das ist heute mein Thema. Und ich glaube, jeder von uns hat es schon in seinem Leben bemerkt, wo wir an Grenzen stoßen, wo wir nicht mehr weiterkommen oder wo sich solche Berge auftürmen in unserem Leben. Begrenzungen, und das sind Mauern in unserem Leben. Die größten Begrenzungen, die wir haben, bauen sich in unseren Gedanken auf. Das größte Hindernis sind oft unsere Gedanken, wenn wir uns hineinsteigern und Dinge überlegen, die eigentlich noch gar nicht sind. Wir grenzen uns selber ein. Wir haben Angst, wir trauen uns nichts zu oder sehen nur noch Berge vor uns. Vor längerer Zeit hatte ich eine Vision. Und das war folgendermaßen. Ich ging auf einer Straße in einem wunderschönen, ruhigen Wohngebiet, Wohnviertel, schöne Häuser mit Gärten. Und plötzlich kam ich nicht mehr weiter, weil eine sehr große, hohe Mauer vor mir stand. Ich konnte nicht darüber schauen. Und ich stand einfach da und überlegte, was ich jetzt tun sollte. Und plötzlich sah ich diese ganze Situation von oben. Und ich sah, dass hinter der Mauer alles weiterging, was vor der Mauer auch war. Die wunderschönen Gärten, die schönen Häuser, die gleiche schöne Straße. Es war nur die Mauer dazwischen. Und plötzlich bröckelte die Mauer. Die Steine fielen herunter und ich krabbelte über das Geröll hinweg und ging auf der anderen Seite meine Straße einfach weiter. Und so ist es oft in unserem Leben. Plötzlich ist eine Mauer vor uns und wir denken, jetzt kommt nichts mehr. Und wir denken, wir kommen nicht mehr weiter. Aber Gott sieht weiter und hinter der Mauer ist eine wunderbare Straße. Und diese Straße ist auch in deinem Leben so, wenn du solch eine Mauer hast. Und lass dich nicht beeindrucken von so einer Mauer. Wir haben oft solche Begrenzungen und wissen nicht mehr weiter. Und manchmal sehen wir nur das, was vor Augen ist. Wir stehen da und denken, jetzt ist alles vorbei. Und das hat mir gezeigt, dass es oft nicht so ist, was wir sehen, sondern dass die Realität eine ganz andere ist. Mauern können sich aufbauen in unserem Leben durch Gedanken, durch Stimmungen und auch durch Gewohnheiten. Das sind die Dinge, die uns täglich beeinflussen. Und manchmal sind wir sehr abhängig davon. Dieselben Gedankenmuster, dieselben Gefühle, dieselben Gewohnheiten. Immer wiederkehrende Muster, die uns gefangen nehmen. Diese wiederkehrenden Muster müssen durchbrochen werden, damit wir die Begrenzungen niederreißen. Die Mauer muss bröckeln, damit wir darüber steigen können. Im Galater 5, Vers 16 und 17, da lesen wir. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Diese menschlichen Muster streiten gegen das, was uns das Wort Gottes sagt. Gedanken, Stimmungen, Gewohnheiten stehen oft im Gegensatz zu dem, was die Bibel sagt. Doch in der Kraft des Heiligen Geistes können wir diese Mauern bezwingen. Wie oft leiden uns unsere Gedanken? Es kommt uns irgendetwas in den Sinn und sofort sind wir in negativen Gedanken gefangen. Oder in Stimmungen. Unsere Stimmungen werden von unseren Gefühlen bestimmt und genährt. Und wie schnell schlägt das um? Heute bin ich nicht gut drauf, heißt es dann. Ich bin heute mies gelaunt, keinen Bock, lustlos und wir fühlen uns nicht gut. Das ist wie eine Mauer, die uns erdrückt. Das sind Begrenzungen, in denen wir nicht weiterkommen. Auch Gewohnheiten können starke Mauern sein. Sie können unser Leben beeinflussen. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Gewohnheiten können sogar Festungen werden in unserem Leben. Man tut es immer und immer wieder, auch wenn es uns schadet. Manchmal sind wir in so einem Kreislauf und kommen da einfach nicht heraus. Und das kann dann zu Abhängigkeiten führen und auch zu einer Sucht letztendlich. Zum Beispiel die Gewohnheit, zu viel Alkohol zu trinken. Oder die Gewohnheit, zu viel zu essen. Die Gewohnheit, im Internet oder im Fernsehen Dinge anzuschauen, die nicht gut sind. Zum Beispiel brutale Filme, Pornografie und so weiter. Jugendliche, die die Gewohnheit haben, ihre ganze freie Zeit mit Internetspielen zu verbringen. Das grenzt uns alles ein und produziert Mauern in unserem Leben. Oftmals beten wir für solche Anliegen und Gott befreit Menschen von zerstörerischen Gewohnheiten. Wir müssen diese Gewohnheiten nicht behalten. Wir dürfen sie ans Kreuz bringen. Und wir haben dafür viele Beispiele. Wie auch folgendes, wo ein Mann uns schreibt und ich möchte euch das vorlesen. Ich hatte an das Missionswerk geschrieben und um Gebet für meine Pornosucht gebeten. Gott schenkte mir eine christliche Selbsthilfegruppe und ich konnte mehrere Sperren in Smartphone und Laptop einbauen. Ich habe kein Verlangen mehr danach. Danke, Jesus. Die Mauer des Verlangens wurde eingerissen. Und was für eine wunderbare Befreiung. Und wir brauchen diese Befreiungen von diesen Mauern, die uns eingrenzen. Und auch folgende Gebetserhöhung ist wunderbar. Da schreibt jemand, ich kann euch von einer Gebetserhöhung aus der letzten Gebetsnacht berichten. Weges meines steigenden Zorns auf Jesus, wegen bislang unerhörten Gebeten, hatte ich mich an euch gewandt. Meine schwankenden Gefühle von Frust und Wut haben sich in Zuversicht verwandelt, obwohl noch keine Besserung der Erkrankung eingetreten ist. Ich habe so lange gewartet mit dem Zeugnis, da ich sicher sein wollte, dass die Erhöhung bezüglich der Befreiung von unsagbarem Zorn von Dauer ist. Was für eine großartige Wandlung. Und Wut und Zorn, das sind mächtige Bollwerke in unserem Leben, die uns wirklich gefangen halten. Solche Gefühle halten uns gefangen. Und ein weiteres Zeugnis von einer Frau, sie schreibt folgendes. Ich war Alkoholikerin und sehr dankbar für die Menschen im Missionswerk. Durch ihr Gebet bin ich heute trocken. Was für eine wunderbare Freiheit, wenn Menschen von diesen Bindungen loskommen. Und das sind diese bröckelnden Mauern in unserem Leben, wo wir dann einfach darüber steigen können und wo der Weg weiterführt. Wo Jesus uns diesen Weg wieder ganz neu auch bereitet. Wie wunderbar. Schlechte Gewohnheiten können unser Leben zerstören. Und die Bibel warnt uns vor schlechten Gewohnheiten. Jeremia 10, Vers 1 und 2. Hört das Wort, das der Herr zu euch redet, Haus Israel. So spricht der Herr. Gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Also wir sollen nicht tun, was die Nationen tun. Und das heißt, was Menschen tun, die nicht an Jesus glauben. Wir sollen uns an schlechte Dinge nicht gewöhnen. Das heißt, sie nicht immer wieder tun. Schlechte Gewohnheiten müssen wir brechen. Das heißt, aufhören. Mit Hilfe des Heiligen Geistes und Gebet. Und wir dürfen das ans Kreuz bringen. Wenn wir sie unter die Kontrolle des Heiligen Geistes stellen, wird er uns dabei helfen und wir schaffen das. Und wir haben viele Zeugnisse, wo Menschen das wirklich geschafft haben, als sie alles ans Kreuz gebracht haben mit der Hilfe Gottes. Und du, auch du schaffst das, mit schlechten Gewohnheiten aufzuhören. Bring sie ans Kreuz. Mit Hilfe des Heiligen Geistes, der dir die Kraft dazu gibt. Es ist eine Sache der Entscheidung. Will ich überhaupt aufhören, um mit schlechten Gewohnheiten zu brechen? Es ist eine Entscheidung von jedem Einzelnen und in jeder einzelnen Situation. Manchmal ist uns das so lieb geworden. Und manchmal denken wir, wir haben nicht die Kraft dazu. Aber du hast die Kraft mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und jeder muss das für sich selber entscheiden, ob er mit schlechten Gewohnheiten brechen möchte. Gute Gewohnheiten in unserem Leben müssen wir aufbauen und trainieren. Auch gute Gewohnheiten fallen nicht vom Himmel. Auch das wissen wir. Sie sind genauso antrainiert wie die schlechten Gewohnheiten. Nur fällt es uns manchmal schwer, gute Gewohnheiten zu trainieren, weil unsere Bequemlichkeit dagegen steht. Oft brauchen wir einfach Mut und Kraft dazu, um gute Gewohnheiten zu trainieren. Und wir sind manchmal einfach auch müde. Da kommen dann unsere Gefühle und Stimmungen ins Spiel. Ich habe keine Lust. Ich bin so müde. Und das kennen wir doch alle. Wenn wir irgendetwas eigentlich tun sollten und dann sagen, ach, ich habe keine Lust oder ich bin so müde. Und das kann schon einmal sein, aber es darf nicht immer so sein. Unserer Bequemlichkeit fallen tausend Gründe ein, warum wir dies oder jenes nicht tun können. Aber Gewohnheiten verändern uns. Gib nicht auf, an guten Gewohnheiten zu arbeiten. Wir können an unseren guten Gewohnheiten arbeiten, um sie aufzubauen. Und wir können an unseren schlechten Gewohnheiten arbeiten, die dann zu Mauern wachsen und uns begrenzen. Wir haben das auch in unseren Zeugnissen gehört, wenn schlechte Gewohnheiten zu Sucht führen oder zu Dingen, die wirklich ein Bollwerk in unserem Leben verursachen. Und im folgenden Bibelfers sehen wir, dass Gewohnheiten uns verändern. Im Hebräer 5, Vers 13, da lesen wir, Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Und hier sehen wir, dass Gewöhnung für geübte Sinne, dass das sehr wichtig ist, auch in unserem Leben. Und durch Gewöhnung bekommen wir auch diese geübten Sinne. Es ist dringend notwendig für unser geistliches Leben, dass wir diese geübten Sinne haben. Und wir lesen hier auch, warum das so notwendig ist, dass wir Gutes und Böses unterscheiden können. Wie wichtig ist das gerade doch in unserer Zeit, zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist? Wie viele Dinge werden uns heute aufgetischt, wo wir gar nicht wissen, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Wie viele Dinge führen uns auf irgendwelchen krummen Wegen oder auf irgendwelche Abwege, wo wir gar nicht wissen, ist das jetzt richtig, den Weg, den wir gehen, oder ist das nicht richtig? Geistlich erwachsen werden durch Gewöhnung unserer Sinne im Wort. Und das ist heute sehr wichtig, dass wir das tun. Auch Jesus hatte Gewohnheiten. Jesus hatte die Gewohnheit, am Sabbat immer das Gleiche zu tun. Er lehrte am Sabbat in der Synagoge. Lukas 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Jede Woche, jeden Sabbat ging Jesus in die Synagoge. Und er hatte auch noch andere Gewohnheiten. Er ging auch an den Ölberg regelmäßig. Das steht in Lukas 22, 39. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und die Jünger, die lernten von Jesus, was es heißt, ihm nachzufolgen, indem sie die guten Gewohnheiten übernahmen. Und das ist genau der Punkt, was auch wir heute tun sollten. Die guten Gewohnheiten, was uns die Bibel da ein Vorbild ist, nachzuahmen. Einfach in diesen Gewohnheiten auch zu bleiben. Und Jesus hatte auch die Gewohnheit, sich abzusondern und zu seinem Vater im Himmel zu beten. Und wir lesen oft, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Oder dass er sich zurückzog in die Wüste, um zu beten. Und das war auch so eine Gewohnheit von Jesus. Und über Paulus lesen wir in Apostelgeschichte 24, 16. Darum übe ich mich auch, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Auch Paulus spricht von Üben, von Gewohnheit, ein reines Gewissen. Wenn wir immer wieder auf unsere schlechten Gewohnheiten hereinfallen, haben wir immer ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, immer mit diesen Schuldgefühlen herumzulaufen. Wenn wir genau wissen, wir haben etwas nicht getan, was wir hätten tun sollen, dann plagt uns doch das schlechte Gewissen. Ich glaube, jeder von uns hat das schon erlebt. Und wir fühlen uns schlecht. Unsere Gefühle bringen uns unter Verdammnis. Aber Gott denkt nicht so. Oft suchen wir Entschuldigungen, aber wir müssen es bereinigen. Wenn wir so mit einem schlechten Gewissen herumlaufen, bringen uns Entschuldigungen nichts, sondern wir müssen das bereinigen und ans Kreuz bringen. Dann sind wir unsere Schuldgefühle auch wieder los. Und der Paulus sagt, ich übe mich. Das heißt, Paulus hatte auch Mühe damit. Es ist auch für ihn nicht vom Himmel gefallen, sondern er musste auch dafür eine Gewohnheit entwickeln und sich üben. Und das müssen wir auch tun. Jederzeit können wir zum Kreuz kommen und unser schlechtes Gewissen dort bereinigen. Mit einem schuldigen Gewissen kannst du nicht Gott begegnen. Das ist eine Begrenzung und wie so eine Mauer, die zwischen uns und Gott steht. Und diese Mauer muss bröckeln, damit wir darüber steigen können. Und das können wir, wenn wir es am Kreuz abladen. Du darfst alles ans Kreuz bringen. Alles, was dir Schuldgefühle bringt, alles, was dir ein schlechtes Gewissen bringt, bring es zum Kreuz und lass es dort und empfang Vergebung von Jesus. Wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, das hält uns ab, uns Jesus zu nähern, weil wir immer denken, er ist uns böse oder er möchte mit uns nichts mehr zu tun haben, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Triff die richtige Entscheidung und reiß deine Mauer nieder. Du musst die Gewohnheit entwickeln, alles wieder in Ordnung zu bringen und um Vergebung zu bitten, wo du etwas falsch gemacht hast. Triff die richtige Entscheidung. Viele Menschen begrenzen ihr Leben, weil sie negative Erfahrungen gemacht haben. Und das hat oft vielfältige Auswirkungen. Ich kann aus meinem eigenen Leben berichten. Als junger Mensch, als es um die Berufswahl ging, wollte ich damals einen sozialen Beruf erlernen. Und viele Menschen sagten mir, du kannst das nicht. Ich war damals ein ziemlich schüchterner Mensch und das konnte sich eigentlich keiner vorstellen, dass ich in einen sozialen Bereich ging, wo man mit Menschen zu tun hat und wo man sich um Menschen kümmern muss, weil ich eigentlich so schüchtern war. Und so landete ich schlussendlich auf einer Bank. Aber dort wusste ich bald, dass das nicht meines war. Und ich blieb aber ein paar Jahre dort auf dieser Bank. Nach ein paar Jahren dann schulte ich um und wurde doch noch Krankenschwester. Und da ging ich dann total auf darin. Das war meines. Und hätte ich mich nicht abhalten lassen, hätte ich das schon ein paar Jahre früher tun können. Und so lassen wir uns oft abhalten von Begrenzungen, die wir uns selber auferlegen oder die andere uns auferlegen. Viele gute Dinge werden nicht getan wegen schlechten Erfahrungen. Und ich weiß von einem Kind, zu dem hat sein Lehrer immer gesagt, es könnte nicht rechnen. Und das wurde eine richtige Begrenzung und eine Mauer für dieses Kind. Und das Kind war immer dieser Meinung und hat sich schon gar nicht mehr bemüht. Einfach auf dem Standpunkt, ich kann nicht rechnen. Aussagen wie ich kann das nicht und das wird doch nichts und das geht doch nicht sind dann an der Tagesordnung. Und wenn auch du Mauern hast, wenn auch du solche Begrenzungen hast, dann halte dich an Jesus und gib es ihm ab und halte daran fest und gib nicht auf. Egal wie es aussieht, egal was Menschen sagen, wie wunderbar ist es doch zu sehen, wie Gott Leben verändert. Und dasselbe kann er auch bei dir tun. Alle deine Herausforderungen, die du hast, bring sie zu Jesus. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er alles wunderbar macht. Lass dich nicht begrenzen durch irgendetwas, sondern halte dir vor Augen, was Gott zu tun vermag. Und da möchten wir immer wieder ermutigen, das zu tun. Vor Augen halten, was Gott zu tun vermag. Lass es nicht zu, dass Begrenzungen und Mauern dein Leben steuern. Amen. Möge der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs diesen Kindergarten segnen mit all den vielen lieben Kindern. Amen. Das ist eins der Kinder von dem neuen Kindergarten und es ist ein Segen hier, einen Kindergarten zu haben, der richtig funktioniert. Dieser Kindergarten ist nicht wie eine platte Kopie aus den 80er Jahren, sondern etwas, das aus den Bedürfnissen der Erzieher und der Kinder heraus entstand. Und wir, die Eltern, sind sehr, sehr dankbar. Ganzes Jahr sammeln wir und dann ist es auch schön, wenn was mit den Mitteln gemacht wird, dass man anfassen kann, dass man gebrauchen kann. Sie sagt, dass sie die neuen Spielsachen und die neue Gestaltung mag. Es fühlt sich fast an wie in einem Hotel. Und wir sehen jetzt schon, wie sich die Kinder so richtig wohlfühlen. Wir freuen uns, dass wir das tun können. Danke für jede Spende für so ein wunderbares Projekt hier in Jerusalem. Das Missionswerk Karlsruhe hilft dort, wo es kann. Nicht nur in Israel, sondern auch in Deutschland, Indien und in Südafrika. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich. Untertitelung des ZDF, 2020